Ja, weiter geht's. Jetzt mit Funk Royale und Mega Man. Inverkörperung von Funk Royale und Mega Man verkleideter Funk Royale mit alle da nach oben. Gut. Und hier ist ja easy peasy. Pah, schwach. Sehr, sehr schwach. Das war kein Kampf. So, aber es wird immer, oh Gott, schlimmer. Und immer wie zum was? Rüber. Okay. Danke dir. Wie Totenkopf. Kommt da nochmal einer raus? Sieht ganz danach aus. Ja, ich hatte so rei... Was zum... Hallo, Rush. So ein Dreck. So ein Oberdreck. Hallo, Rush. Ich hasse dich. Oh Gott, wie die Pest. So. Oh, gut, dass ich auf Rush schießen kann. Hüpfen. Rush loslassen. Dabei. Und... Kacke. Ach, es ist nicht wahr. Ich selber bin mein größter Feind in diesem Spiel. Das ist ja der Wahnsinn. Also echt. Oh Gott. Rush. 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 Ich hasse dich, Rush. Ich hab null Leben. Ich lass mich jetzt töten. Es ist... Ach, es ist ein Bums. Echt, ey. Tut mir leid, Leute. Okay, wir lassen uns jetzt hier killen. Irgendwie. Du bleibst bitte hier. Das kannst du mir jetzt einfach... Du bleibst natürlich nicht da. Warum auch? Ich will getötet werden. Egal. Ähm, ja. Tolles Spiel. Es heißt Mega Man. Es könnte auch Fick dich, Man heißen. Du hast keinen Sinn im Leben, denn wir sind Japaner und wir herrschen über die ganze Welt mit unseren Spielen. Toll, toll, toll. Super, super. Schönes Spiel. Ja. Ähm. Oh nein, wir haben verloren. Oh, wie schade. Oh mein Gott. Oh, das regt mich jetzt aber auf. Puh. Mir doch egal. Dafür hab ich jetzt wieder einen vollen Rush. Hahaha. Und jetzt, jetzt zeig ich euch, wie man mit Rush umgeht. Genau jetzt. Denn jetzt weiß ich's. Ähm. Ähm. Bitte, ich möchte keinen Kommentar dazu hören. Ähm. Ich werd's nie herausfinden, wie man mit Rush umgeht. Das wird keiner herausfinden. Nicht mal die Japaner, die dieses Spiel entwickelt haben, wissen das. Die haben ein Zufallsprinzip da eingebaut, wo sie sich denken, oh, das ist noch schwerer herausfinden, als Lotto zu knacken. Mein Gott. Aber naja. Irgendwie, wir werden's schon hinbekommen. Hab ich recht? Oder hab ich recht? Oder hab ich recht? Na, na, na. Ha. Genau. Dazu konnte mir endlich einer, ein schlauer YouTube, äh, oder ein schlauer Abonnent, eine Antwort liefern. Woher das denn ist? Und es ist aus... Yes. Ja, aus Yes. Genau. Aus den Yes-Törtchen. Genau. Es ist aus, ähm, und täglich grüßt das Murmeltier. Hihi. Schlaue Person, die das geschrieben hat. Sehr gut gemacht. Du hast, äh, hiermit eine Kinoeintrittskarte gewonnen. Deiner Wahl. Bezahlen musst du auch. Mir egal. Puh. So, was soll das denn? Bitte leck mich fett. Nein, bitte leck mich nicht fett, aber... Ach, du Bums. Ach, du grandioser Bums. Okay, warte einen Moment. Ich hab's gleich raus, was ich mache. Ich benutze den Jet. Eins. Blink, 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 blink. Ah, leck mich. So, danke. Hüpfen. Gut. Ihh, geht es mit dir immer... Ballon. So. Eins. Zwei. Was zum... Wow, das war... Wow. Wow, wow, wow. Habt ihr schon mal sowas Knappes gesehen in eurem ganzen Leben bisher? Ich glaube nicht. Ich auch nicht. Ich will's auch nie wieder sehen. Damit ist eine einzige Rush-Stage. Kann das sein? Ich muss hier an jeder fricken, fracken, fricken Stelle Rush einsetzen. Hier zum Beispiel den Keul. Die Keule. Hallo, du dummer Köter. Ich hasse dich. Hab ich dir schon mal gesagt? Ich glaube ja. Ähm... Nein. Gut. Ähm... Naja, vielleicht... Nein, vielleicht... Ach, komm. Was ist die Welt ohne ein... Ach, mein Gott. Diese Autos... Nerven echt. Okay, dann erst du... Jetzt dich... Hallo. Hier ist Energie wieder. Sehr gut. Hier müssen wir wieder einen Rush einsetzen. Ansonsten sterben wir wieder. Herrliches Spiel. Hallo Rush. Danke Rush. Und... Weg mit dir. Köter. Möter. Köter. Was soll das? Äh... Okay, das ist easy. Ah. Doch gar nicht mal so. Doch, eigentlich schon. Weil... Jet oder Balloon? Jet oder Balloon? Jet. Ich bin für Jet. Seid ihr auch für Jet? Wir nehmen alle Jet. So, und nach oben schneller sein als... Ein grüner Kreisel. Wäre doch mal schön, du Kreiselkack. Was ist das für ein... Wo, 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 wo? Was zum... Da war ein Energietank. Den will ich haben mehr als alles andere auf der Welt. Nach oben. Ja, und jetzt... Nein! Hä? Es ergibt keinen Sinn. So, nochmal. Wieso nehme ich hier nochmal eine... Äh, verdammte Axt. Schneller sein, schneller. Und jetzt... Danke. Danke. Schwach. Autsch. Autsch. Ich bin gegen die Decke gesprungen. Das hat toll voll... Klart. Reden ist nicht meine Stärke. Das wisst ihr alle. Aber ist ja auch nicht so wild. Ähm. Balloon jetzt aufladen, genau. solche sprünge kann ich ich glaube der drill passt hier ganz gut auf die falsche seite natürlich ja und jetzt haben wir wieder energietang okay bis jetzt es läuft es läuft sag ich mal es läuft war das spiel läuft und ja nein ist eine gute frage ich sag mal ja weil balloon einfach mal einsetzen da und dann da okay hier jetzt hier okay war gut nein okay gut so muss es ja die energie ist egal aber dafür jetzt ein leben mehr deswegen kann ich jetzt erst mal den gegner austesten und diesmal werde ich es wirklich ich habe keine ahnung ich habe nicht versprochen habe daraus ein gesang gemacht diesmal werde ich es wirklich machen der hintergrund ist schwarz es sieht nach yellow devil aus wehe wenn oh nein bitte nicht bitte bitte ich ich krieg's kotzen wenn es yellow devil ist es ist noch schlimmer was das denn oh mein was soll denn das was zum leck mich was ist das denn bitte was ist das ich habe keine ahnung was das was ist das ein großes böses monströses mysteriöses bullshit of bulk kathos bulk kathos was war das noch mal bulk kathos ach interessant gut okay jetzt weiß ich wie ich da reinkomme jetzt ist er geschichte jetzt bist du geschichte mein freund nein nicht hier warum kommt die fläder maus warum kommt die fläder maus was fläder maus so kann man auch echt tageform also eigentlich vor der konsole oder vom spiel verbringen äh keul war es genau die keule hallo keule eicht schaut euch das an dieser hund ist das dümmste was es gibt hier vielleicht danke hund alter boah ich freue mich ich suche mir irgendeinen cosplay event wie gesagt ich zieh das durch ich mach das ich freue mich drauf so also wer jetzt nicht weiß worum es geht hört euch ein let's play von mir an ich glaube Nummer 6 ist es von megaman 4 da geht es darum was ich mit einem rush cosplay typen machen würde nächstes gar nichts gutes nada niente nix das war knapp das ist ein schwacher scheißgegner was soll das hier jetzt einfach nach oben weiter nach oben weiter nach oben schneller sein als der der mich tot greift ansonsten aber wir haben es geschafft yap 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 hop yap yap oh das war yoshi yap yap stimmt yoshi wollte ja auch spielen oh mein gott ich hab noch so viel vor die ferien sind noch so lang und ich hab so viel spaß daran Warum kann ich nicht einfach hier wieder starten? Das ist so unlogisch. Egal.